Batman Die freuen sich bestimmt riesig auf dieses Spiel Und ich genauso Weil ich habe früher Batman immer geschaut Alle Filme gesehen Und ich habe auch andere Let's Plays gesehen von dem Spiel hier Und ich finde das einfach nur Mörder geil Es ist auch Bestseller Nummer 1 momentan Also wenn ihr auf Nein geklickt habt Freunde Dann schaut euch auf jeden Fall dieses erste Let's Play mal an Und guckt ob es euch gefällt oder nicht Wenn es euch nicht gefällt dann lasst auf keinen Fall ein Dislike da Sondern guckt euch einfach das Let's Play nicht an Freunde Weil ich gebe mir ja mit jedem Video Mühe Und versuche das Ganze hier mit euch hinzuteilen Und ja da würde ich sagen Freunde Ich starte mir jetzt auch direkt Und ich wollte noch sagen Guck mal was noch angekommen ist Freunde In der UFC Damit wird es jetzt auch morgen oder übermorgen losgehen Muss ich noch gucken wann genau Weil NBA muss ja auch noch hochgeladen werden Und da will ich jetzt nicht ein bisschen zu viel durcheinander bringen Deshalb gucken wir mal wie wir das machen werden Freunde Und ja würde ich sagen Start wird es auch direkt mit Batman Alter Ich freue mich schon wunderbar Meine Kindheit hier Batman ist am Start Jünger Und jetzt geht's ab Alter Was ist das? Was ist der Joker? Oh mein Gott Da kriegt man direkt Angst Freunde Wenn jetzt die Augen öffnet Alter Ich schrei rum Oh mein Gott Scheiße das ist der Joker Freunde Komm Freunde Wir müssen ihn jetzt verbrennen Alter Ganz schnell A drücken Oh mein Gott Scheiße der Joker Der wird jetzt live verbrannt von uns Wir müssen ganz schnell A drücken Stand da gerade Alter Batman überlebt das Freunde Ohne Joker geht Batman einfach nicht Ey Junge Junge Oh mein Gott Freunde Guckt euch das an Alter Er wurde verbrannt von uns Ach du Scheiße Guckt ihn euch an Den Joker Wie er davon verbrannt wird Aber da wird noch ein übeles Nachspiel geben Freunde Alter Junge Junge Batman Ich freue mich einfach so unnormal So hat es sich abgespielt So ist Batman gestorben War das nicht der Joker? Gotham Alter Junge Junge Vor neun Monaten wurde der Joker eingeäschert Ich hab den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt Und dann warteten wir Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf Doch er kam nicht Die Kriminalität ließ sogar nach Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte So Freunde, jetzt geht's los Alter Boah, übles geiles Intro Grafik ist auch nicht schlecht auf jeden Fall Junge Junge Irgendwas passiert jetzt Oh jo, sind wir das? Ne Aber guck mal Irgendwas Boah Junge ist ja wie Ego Perspektive gerade Was macht der Typ da jetzt? Wird er die abknallen oder was meint ihr macht er? Oh, sieht ja schon mal ratten scharf aus Oh, wir sind das Freunde Wir können gucken Danke Kein Problem Kellnerin Oh, danke sehr Was geht? Was darf sein? Das übliche? Sicher Okay Hähnchensalat ohne Dressing Nein, ich nehme doch Waffeln Mit Speck Erzählen Sie es nicht meiner Frau Wie Sie meinen, Officer Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach Ja, ich will nicht nur Kaffee, ich will auch dich Junge Junge, er geht schon direkt los Aber wir sind doch nicht Batman Alter, guck mal der mit der Maske, siehst du da? Der möchte gern Batman Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Uns Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht Warten Sie hier, ich kläre das Im Restaurant rauchen, das geht ja mal ganz und gar nicht So, jetzt gehen wir da hin Boah, die Grafik ist auf jeden Fall echt geil, ne? Der Typ raucht, der Typ raucht da hinten Jetzt gehen wir zu ihm hin Ist das dein Ernst? Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, was hat er uns da reingemixt in die Fresse? Alter, was geht hier ab? Zombie-Apokalypse Oh mein Gott! Alter! Ich kann hier nicht schießen Komm, schieß Baller rum Bam, 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 bam Oh mein Gott, guck mal die Grafik Ich hab keine Munition mehr Fuck! Alter, man, der hat uns dieses Gift in die Fresse gesprüht Eigentlich sind die gar nicht so Das kommt uns nur so vor, dass die so aussieht, Freunde Was ein krankes Intro, Freunde Das sieht doch schon mal mega geil aus Oh mein Gott Ein Gemetzel verstrickt Unter den wenigen Überlebenden befindet sich Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken Das ist der neue Bösewicht, Freunde Der neue Joker, Alter Fuck! Junge, was hier einfach abgeht Das waren 150 Milliliter von diesem Gift Und die Leute sind am Eskalieren, am Randalieren Alter, guck mal, was hier ausbricht Eine richtige Massenpanik, Freunde Also es ist echt unnormal geil gelungen, das Intro hier Und ihr merkt ja, wenn wir Batman sind, dann müsst ihr einfach die Stimme hören Das ist die Synchronsprecherstimme von Paul Walker aus Fast & Furious Und ihr kennt ja sowieso, denke ich, die Stimme von Batman hier Von Christian Bale Alter, krank! Einfach die ganze Stadt leer Was wurde denn da abgebannert? Freunde, ich zeige euch solche Sequenzen ohne Facecam Da befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben Hehehe, Gothams Beste Abschauen Kriminelle Terminator, der Typ Und Schlimmeres Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen Was ist aus der Stadt geworden, Mann? Junge, Junge Batman muss zurückkehren Und wieder das Leben ins Gleichgewicht bringen, Freunde Lasst es uns gemeinsam erledigen Das wird geil werden Seid gespannt, Freunde Ich freue mich auch nochmal auf dieses Spiel Wir werden Gotham wieder ins Gleichgewicht bringen Verloren wir die Kontrolle über die Stadt Heute hofft Gotham auf einen Der uns alle retten soll Batman Da oben ist das Licht Batman Boah, voll die Gänsehaut gerade bekommen, Freunde Junge, Junge, Junge Alter, das wird richtig geil werden, Freunde, Mann Ich freue mich da richtig drauf Da ist er Da sind wir Batman Alter, Spiegel direkt los So, Freunde, hier sind wir Alter, wir müssen gleiten Wuhu Alter Halten zum Gleiten Entschuldigung, können wir jetzt mal ein bisschen rumfliegen hier Steuerung Herabstürzen, gleiten Halte A und RT Ah, okay Die Frage ist, wo wir lang müssen Boah, mit R1 können wir diesen Kletterhack machen, RB Junge, Junge Richtig geil, Mann Ist alles Open World hier Die Grafik gefällt mir auch richtig So, erstmal müssen wir uns an die Steuerung gewöhnen Alter, was haben wir denn hier für ein Alter, krank Wir müssen da hin Näherungsbeschreibung 322 Meter So, wir klettern mal runter Erstmal müssen wir die Steuerung rausfinden, Freunde Boah, Junge, geht der up, der Batman Greifhaken können wir auch machen Da ist ein Gegner Komm her Komm her Bam Boah, Junge Was für Moves, ey Krank Komm her Uiho Der packt uns direkt mal direkt Komm her Bam Kriegt er den hier Boah Krass, guck mal diese Steuerung Man wieder einfach allen auf die Fresse haut Zack Junge, Junge Ey, antippen Uiho Was war das denn? Krank, Alter Der Batman, der geht einfach unnormal ab So, wir müssen Ah, guck mal Hier ist das Radar, Freunde Seht ihr das da ganz oben in der Mitte Das ist das Radar Wir müssen dein Wo das Ausrufezeichen ist Dahin müssen wir hin Ah, so rennen wir schnell Okay, perfekt, perfekt Wir müssen auf jeden Fall da hinkommen, irgendwie Boah, Junge Es ist ja richtig Die Grafik ist geil Es regnet hier gerade alles So, wir rennen da jetzt mal einfach hin So, da müssen wir nämlich hin, Freunde Gleithaken Woo Boah, ist das geil, Mann Also die Steuerung muss man erstmal noch ein bisschen dran gewöhnen, Freunde Ist nicht so einfach Uiho Da sind schon wieder Gegner gekommen, Freunde Komm, die packen wir uns jetzt erstmal hier Komm her Bam, Junge In die Fresse Zack Haut er in allen Puh Ey, Junge, der hat richtige WWE-Moves drauf Komm her Bam, Bam Counter mit Dreieck Oh mein Gott Krass, diese Moves hier, was sie hier eingeführt haben Richtige Mortal Kombat Bam, in die Fresse Zack K.O Ja, der nächste Puh Der Pisser, der kommt hier direkt auf uns drauf Komm, wir müssen ein bisschen die Steuerung besser können jetzt hier Zack Bam Guck mal Boom In die Fresse rein So, Freunde müssen, glaube ich, hier ganz hoch aufs Gebäude Da ist nämlich unser Ziel Guck mal, seht ihr das, 39 Meter Nehmen wir uns mal da einfach hoch Zack Wen haben wir denn da? Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist Entschuldige, ich muss los Der Polizeibrecher Sei vorsichtig, Barbara Unser Freund Wie immer ein gelungener Auftritt Wie läuft die Evakuierung? Die Stimme, Alter Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist Jetzt fängt die richtige Arbeit an Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran Ich kümmere mich drum Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim Falls du mich erreichen musst Wird eine lange Nacht werden An alle Einheiten Ein 1033 in Sektor 2 Vermisster Streifenwagen Einheit 247 Vermutlich Officer an Boden Hey, Batman Der ist schon weg Typische Batman-Aktion Jedes verdammte Mal Jedes verdammte Mal Wir sind schon ganz weit weg, irgendwo unten, Alter Junge, Junge Also auf jeden Fall bisher gelungen das Spiel Gefällt mir auch nochmal Oracle Wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran Wie geht's meinem Dad? Er hält durch Irgendwie macht er das immer Okay Ich schicke dir die Position des Wagens Sei vorsichtig Da draußen sieht's nicht gut aus Alles klar So, wir müssen jetzt da hinten hin, Freunde Zack Rette den Vermissten Komm, jetzt fliegen wir da hin Gleiten Herabstürzen, gleiten Können wir herabstürzen Wuhu Okay, Jungs Die Party kann losgehen Wenn wir jetzt mal fertig sind Bleib von Gotham nicht Der viele Überschriften Boah, ist richtig geil mit diesen Flusen Boah, sind überall Gegner Guckt euch das an, die viele hier einfach sind Komm, wir packen die uns jetzt frei Ein bisschen Action heute Bam, bam Los geht's Hau dir auf die Fresse Zack Kommt einfach mit dem Auto angefahren Komm her Erstmal hier schnell hochfliegen Alter Hier kriegt ihr mich nicht Hier Eiersäcke Junge, Junge Alter Kommt ihr da mit 20 Mann Da einer will mich noch mit dem Auto überfahren Okay Jetzt kriegen die's von mir zu sehen Komm her Jetzt kommt her ihr Pisser Okay Ihr wollt's Bam, bam Bam, Junge Boah, diese Steuerung, Alter Richtig geil Zack Boah, alle kommen Und ich boxe die kaputt Bam Junge So wie viele Batman Nimmt sich mit allen auf Zack Boah, dieses Boxen macht unnormal Bock Gibt den einfach mit der Hacke Zack Tritt ihm nicht in die Fresse Antriff Okay, komm, 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 komm Oh, was ist das denn? Warte mal Ich kann den einfach so abballern Bam Oh, oh Zack Zack Oh, yo Scheiße Bisschen Action, Freunde Hier Bam, Junge Hauen auf die Fresse Komm schon Bam in die Fresse, Alter Kommen die schon alle Batman nimmt sich auseinander Boah, viele Es wird immer mehr Oh, yo Da kommt einer mit seinem Baseballschläger Zack Bam, Junge Boah, Junge, Alter Krass, wie der abgeht Oh, wirft einfach diese Dinger auf die drauf Komm, die packen wir noch alle hier, Freunde Und dann geht es direkt weiter Kommt her Kommt her Oh, yo Vier Stück noch Bam, bam Oh, Junge Der hat richtige Wrestling-Meet drauf Boom, Junge Boom Oh, oh Du hast gesehen Okay, komm her Willst du, hä? Kriegst du die Dinger in die Fresse So, alle kaputt, Freunde Weiter geht's Dann würde ich sagen Sehen wir uns gleich am Ziel wieder Oh mein Gott, Freunde Guck mal, wie viele da sind Da müssen wir hin Scheiß, was machen wir jetzt am besten, Freunde Was machen wir? Da ist jetzt die Frage Egal, wir gehen jetzt einfach drauf Komm Ich überrasche die von oben Guck mal jetzt Bam, Junge Scheiße Scheiße, scheiße, Alter Volle Fail von mir Egal Jetzt sind wir angekommen unten Und jetzt kommt die alle her Bam, bam Kommt her Zack Junge, diese Moves hier, Alter Das haben die richtig geil gemacht Guck mal, jetzt kommt der eine von da Krieg den hier von mir in die Fresse Nimm mal sein Ding Boah, vollstrecken ihn Kommt der andere Bam, bam Junge, krank Antippen, heranstürbende Gegner Müssen noch ein paar Kombos machen Oh, yo Komm, komm Kombos Boah Zieht die einfach zu mir hin Zieht die von mir Bam Zack In die Fresse Kriegst du hier die Faust des Batmans zu spüren Guck mal jetzt Bam In die Fresse Und alle sind K.O Ganz easy, Freunde Perfekt Da ist der Typ, dem wir helfen müssen Hi Sie sind sicher Danke, Batman Ich dachte, sie wird mich Oh mein Gott Scheiße Woo Im letzten Moment, Alter Im allerletzten Moment Die Stadt wurde überrannt Wir haben keine Chance Bleiben sie hier Jemand wird sie abholen Was machst du da? Die Chancen ausgleichen So, guck mal jetzt LB, Sorge für Chancengleichheit Boah, was ist das denn jetzt? Alter, was geht denn jetzt ab? Uiho, was macht der jetzt? Oh mein Gott Das Batmobil ist da Oh mein Gott Das Batmobil Jetzt kann der Spaß beginnen Das können wir nämlich auch fahren Boah, ritterliche Selbstfindung Ich muss das Militärfahrzeug verfolgen Ein Streifenwagen hängt dran Ich leite die Position weiter Boah Guckt euch die Karre an Jetzt geht's los Boah Ruf deine Männer zurück Gen Golf Oscar 56 Hier ist Commissioner Gordon Die Verfolgung wird abgeblasen Es ist zu gefährlich So, wir sind hier Wir kriegen diese Bastarde Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen Alter, da Boah, Junge Einfach draufgeballert Ich baller ihn ab, den Pisser Jetzt steht, Junge Was geht hier ab? Da Und boom Abfeuern Perfekt getroffen Boah, Junge Ist hier eine Action, Alter So muss es sein Abfeuern Boom Getroffen Komm, Digga Oh, hat er uns gut getroffen Der Schwanzlutscher Dreh dich um, Digga Boah So, wir team ihn am besten Da Da haben wir ihn Und jetzt B Sack Warn, Junge Kaputt Aus Bettmobil aussteigen Ich muss den Fahrer ausquetschen Und rausfinden, was er weiß Wo ist der? Da drüben ist er Komm, da müssen wir jetzt hinten rausquetschen Okay, da haben wir ihn Verhören Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle Oha Das war der Virus Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman Rede Oder ich werd dir alle Knochen brechen Okay, okay Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus Ich schwöre, mehr weiß ich nicht Wenn du lügst Brech ich dir den anderen Den anderen, was? Ah Oh mein Gott Das ist diese chemikalische Waffe von dem Der uns Dirk reinheimern wollte Oracle Sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an Klar Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrow ist ein neues Toxin Eine nicht kontaminierte Probe Kein Scherz Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bad Computer vor Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf Ich starte ihm einen Besuch an Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen So, alles klar Untersuche Scarecrow's versteckt Ja, Freunde Dann würde ich sagen Es speichert gerade an dieser Stelle Jetzt würde ich sagen War es das hier von unserem ersten Batman Arkham Knight Let's Play hat mir unermal viel Spaß gemacht Ich schwöre es euch Die Zeit ist einfach so schnell verflogen Unermal geiles Spiel Ja, kann ich euch jedem wirklich nur weiterempfehlen Wenn ihr es euch zulegen wollt Ich habe es oben in die Beschreibung verlinkt Und ja Dann würde ich sagen, Freunde Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben Da für die erste Folge Wenn wir die 7000 Like schaffen Würde mich das unermal freuen Und wenn euch das Spiel nicht gefallen hat, Freunde Dann kann man nichts machen Dann müsst ihr es ja nicht schauen Und es geht ja die beiden Tage weiter Mit NBA Mit UFC Mit WWE Mit Call of Duty Da kommt noch so viel auf euch zu Horrorspiele Und wenn ihr das nicht gucken wollt, Freunde Dann gebt dem Video bitte kein Dislike Wie gesagt Sondern lässt einfach gar nichts da Weil ich gebe mir mit jedem Video Wirklich so viel Mühe Und dann immer so viel Dislikes Manchmal auf diesen Spielen zu sehen Das nervt mich auch schon ein bisschen Ich finde das nicht gerechtfertigt Zum Beispiel bei Dragon Ball war das extrem gewesen Aber ja, genug gesprochen Dann würde ich sagen Euer Uni ist raus Wir fliegen jetzt nochmal kurz nach vorne Haut da rein Und dann Ciao